Es gibt also, meine Damen und Herren, Menschen, die glücklich sind mit ein altes Grammophon und es gibt natürlich auch andere Leute, die gehen zum Beispiel im Kino und schauen sich a real American picture an. Wissen Sie, von diesen real American pictures finde ich noch immer die netteste, die Cowboy-Films. Die sind manchmal sehr charmant und die sind moralisch auch gut. Der Schlechte wird bestraft und der Gute wird belohnt, nicht wahr? Und wissen Sie, meine Damen und Herren, dass diese Cowboys, dass die so aberglaubig sind. Oh, die sind so aberglaubig. Zum Beispiel, wenn ein Pferd etwas fallen lässt, ein Pferd etwas fallen lässt, dann heben die das auf und dann sagen sie, ein Hufeisen bringt Glück. Und das stimmt nicht. Also das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ein Hufeisen bringt kein Glück. Meine Damen und Herren, bitte, wir schauen uns ein paar Cowboys an. Und für die Cowboys, das ist eine real American Cowboy-Film-Film-Film. Ich bin Joe. Lazy Joe, Lazy Joe, Lazy Joe, Lazy Joe, from Ho-Yo-Ho. Lazy Joe, if it's necessary, fall ich noch in love, but very slow, on Joe, Lazy Joe. Es gibt in den Cowboy-Film auch immer so ein kleiner Cowboy, der Alte. Der kennen Sie, der ist schon Jahre dabei. Der kleine mit dem Stoppelbart. Der ist so nett, der sieht so sympathisch aus. Und es gibt natürlich auch immer in den Cowboy-Film einen sehr gefährlichen Bursche. Sehr gefährlichen Mann. Und der heißt Jack the Killer. Es gibt auch eine gefährliche Frau in den Cowboy-Film. Die gefährliche Frau, die heißt Mabel. Hi, Mabel. Hi. See you later. Johnny? I want to talk to you. Yeah, Mabel. It's about Jack the Killer. Jack the Killer? Well, what's the news? Jack the Killer is back in town. Well, let's face it's rolling down to get him out of the nose. Watch your speech in Delaware. I can't listen to the whole. I can't listen to the whole. I can't listen to the whole. Donnie? What's the matter? I don't understand. Are you afraid? No, no, Mabel. I'm not afraid. No. No. I'm not afraid. Not a hair on my head. Now listen, Mabel. How do you know? Who told you? Who told me? Yeah. Sam. Sam. Yeah. Who's Sam? Somebody. Sam Buddy. The son of the old buddy. Did you talk to that guy? Yeah, I did. Now, please, will you stop it? I hate that man. Put it in your mind, will you? Oh, Johnny, you make me laugh. Now listen. Where is Jack the Killer? Right now? Yeah. Jack the Killer is waiting for me. Jack the Killer waits for you? Where? At Billy Bigelow's bar. Well, Mabel, what are you going to do? You go to the bar? Yeah. I'm on the way. No, please. No, stop it. No. No, Mabel, don't go to the bar. If you go to the bar, he's going to kill you. No, he ain't. He's going to kill you, I'm sure. No, he ain't. If you... Johnny. I'm going to kill Jack the Killer. No, Mabel, no. She's going to kill Jack the Killer. Now listen, Mabel, before you go to the bar, I tell you a secret. Mabel, I love you. I love you. With all my heart and soul. Now please tell me what can I do for you. I want to fight for you. Mabel, do you hear me? I love you. Do you need me? Wow. Wow. No, Johnny. I don't need you. Sorry. Johnny? You know what I need? I need a gun. Give me a gun. No, no, no. Oh, no. Please, no. Not my gun. Uh-uh. No. Come on. Get it? Good luck, Mabel. I hope to see you soon. Now before you go to the bar, may I kiss you? No, Johnny. Not now. Wait till tonight. When the noon is high. Jack, I'm Jack, I'm Lush, I'm Link. I'm Jack, I'm Jack, I'm Jack, I'm Jack. Everybody likes to shoot me in my neck. But I only play a very simple instrument in the golden Metro-Galdwin band. That's always my end. Mabel. Do not forsake me. Oh, my darling. Come on and see. The Technicolor Show. The same old story. A creeksy yes. A creeksy no. Jack, the killer, sweet Johnny, and Lazy Joe. Go! 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 Vielen Dank.